Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS17 auf der Hermannseck Youngtimer Project nach der Gamescom zusammen mit den Garderole von Garderole aber und den Werner von den Burning Gamers. Hallo. Hallo. Ja. Weiß nicht wie oft in meinen Kommentaren stand, wann kommen wieder Youngtimer? Oh, die Pause war ja auch nicht geplant. Nee, nee. Nee, das war wirklich nicht geplant. Da muss ich mich für entschuldigen. Wir wollten eigentlich auch aufnehmen, der Werner und ich. Wir beiden hübschen sozusagen. Oh ja. Ah ja. Aber dann ist bei mir, also das war kurz zu der Gamescom, beziehungsweise das war der Montag und Dienstag ging es ja los. Und da hat sich wieder bei mir so ein Windows Update reingeschmuggelt, wo sich jetzt herausgestellt, das war gar nicht das Windows oder wir uns kennen. Auf jeden Fall, das Internet ging nicht mehr. Dann hat er nicht mehr die Netzlaufwerke erkannt. Und wenn man dann mal Troubleshooting macht bei Windows, ihr kennt das. Oh. Und hätte ich dann noch den Werner noch irgendwo dazwischen geschoben, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Äh. Und ihr seht es ja auch bei mir im Sendeplan. Es ist ja komplett leer, weil ich immer noch in der Uhr hänge. Also das hätte nicht hingehauen und gestresst und so. Das Thema hatten wir ja häufig ja schon mal, ne? So gestresst und wenn man weiß, das ist jetzt irgendwie, das... Ne? Man fühlt sich nicht, dann sollte man es lieber lassen. Genau. Und da sind wir ja ehrlich und dann lässt man es halt. Wo ich gerade am Reden bin, ich hole uns mal gerade einen neuen Trecker. Und zwar hier. Den hier für den Hof. Das war nämlich ein Plan, als wir die Trecker ausgesucht haben. Und da hieß es ja, was nehmen wir denn einen für auf dem Hof rumzufahren, sauber machen, Frontlader hast du nicht gesehen und sowas. Und dafür haben wir diese hier eigentlich geholt. Und zwar in der klassischen Form hier. Mit Gewichteträger ist glaube ich diese komische Schütt vorne dran. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Frontladeraufbau. Werner, was ist denn Cut 3? Cut 3? Bei welcher Konfigurationsmöglichkeit? Frontlader. Ah, da musst du gucken bei den Frontlader, ob da so eine spezielle Marke dabei ist oder sowas. Es gibt ja auch diese speziellen, nicht nur von Stoll, sondern auch von anderen Marken. Vielleicht ist das im Mod-Package dabei gewesen. Haben wir von MF und von Stoll. Ne, glaube ich nicht. Okay, dann weiß ich es nicht. So, Randy, ich bin da. Randy? Ja, ja, muss ja jeden KI-Fahrzeug ausweichen. Oder das KI-Fahrzeug rammt mich weg, je nachdem. Damit wir alle im Bilde sind, ihr verkauft gerade noch Bier, denn wir haben Dingsbums, haben wir, ne? Eine große Nachfrage, ja. So. Nehmen wir auch einen stärkeren Motor natürlich, dann nehmen wir Allrad. Aber wir sind in weniger als zwei Minuten fertig, dann können wir nämlich ein bisschen vorspulen. So, dann ist das nur die große Frage. Nehmen wir den Überschlagbügel oder nehmen wir eine Fritz-Meyer-Kabine? Eine Fritz-Meyer-Kabine, unbedingt. Natürlich. Unbedingt. Achso, ich soll das abladen, Randy? Okay. Ja. Das dauert länger als zwei Minuten. Das ist so schlimm, dann können Sie mich vorne nochmal hochheben. Natürlich. Dann nehmen wir aber das Dach nur und nicht die Kabine, glaube ich. Das ist noch stylischer. Fritz-Meyer-Verdeck ist Klassiker. Aber nur das Verdeck. Ja. Also Cabrio ohne ein Mittag. Aber warum ist die Hauptfarbe schwarz? Das sei sie nicht. Komm auf Kaufen. Wenn es jetzt abstürzt, dann haben wir wieder nicht aufgepasst beim Mod. Ist richtig. Es lebt noch. Da steht er. Alt! Krieg nur gut Kohle, nein. Eieiei. Haben wir die echt freigegeben, die Mod? War gut. Möglich. Musst du eben umgucken, die Hütte, die Hütte. Oh, der Sound. Sieht scheiße aus oder wie oder was? Ja, die Kabine muss ich eben einmal tauschen. Aber das Sound. Oh, das Sound. Uh. Ich sehe schon, Garderol macht die nächsten Hochverwärten alle freiwillig. Oh ja. So, das mit dem Gewicht, das hatten wir jetzt irgendwie anders geklärt, ne? Das wollten wir da hinten. Äh, komm mal. So. Ja. Ich wollte aber nicht dazwischen quatschen. Ich muss sowieso mal eben nochmal umkonfigurieren und einen Frontleiter noch kaufen. Wie viel Bier haben wir denn noch? Eine Palette noch. Das bringt mich zum Punkt, wie viele Themen haben wir denn noch? Genug. Weil man sagt ja immer... Ja, wir haben sehr viele, oder? Weil nach der Gamescom ist ja bekanntermaßen immer vor der Gamescom. Ja. Und ich hatte mich ja wirklich mal eine Woche lang aus dem Internet, außer bei Instagram... Instagram! ...mich mal komplett rausgehalten. Beziehungsweise wie jedes Jahr, weil mir einfach vor die Möglichkeit nicht hergegeben wird, da irgendwie was zu machen. Wir haben zwar im Hotel WLAN. Das ist so angeblich nur unter Tausenderleitungen. Das Problem ist halt nur, das WLAN geht erstmal nur über 2,4 Gigahertz. Und dann hast du auch immer so gefühlt ein, zwei Balken empfangen. Und dann sind dann in den Hoteln nur wir 12, 13 Mann von Traveltown. Die nutzen das Internet alle. Da ist eine 100K-Leitung dann auch nichts mehr wert. Und über. Und ich sage mir immer, wenn ich scheiß Videos hochlade, lasse ich es lieber und mache es dann halt erst am Wochenende. Und bin halt nicht der Erste. Ansage ist raus. Ansage ist raus. Dafür gibt es aber dann andere kompetente Herrschaften, wie den Garderole-Team. Wo dann der Schnittmeister und Bildmischer daheim sitzt. Und die Jungpironierer auf der Messe sind. Und da kriegt man dann, wie soll man sagen, in einem relativ schnellen Tempo. Gute Videos. Ja, das sieht alles so einfach und schön aus, aber das war es nicht. Also, man sollte ja meinen, man hätte aus den ganzen Jahren was gelernt. Aber man findet immer noch neue Dinge, aus denen man lernen kann. War das so freundlich genug formuliert? Das musst du deine Mitarbeiter fragen. Nein, das ist fast schon. Ich habe vor Ort nicht durchgearbeitet. Also, es war sehr spannend, ja. Aber es hat auch wieder riesig Spaß gemacht. Wir können spulen, by the way. Ja. Oh Gott. Ip? Da ist gerade Geld abgezogen worden. Ja, für die Schaufeln. Ah, okay. Ah ne, das sind die Blinker, die hier so rumfiechen. Aber eine Schaufel haben wir ja noch im Hof, ne? Oder? Ja, weiß ich. Kann sein, ja. Also, das hätte ich eine farblich passende genommen, aber... Wir sind gleich am Hof, da können wir das gleich klären. Ist richtig, ist richtig. Wenn ich mich jetzt nicht verbrauche. Oh. Das ist so geil. Links oder rechts? Äh, rechts rum. So, also ich musste mich leider von der Fritz-Meyer-Kabine verabschieden. Oder wohl, ich könnte die anderen auch testen. Garderoll kauft einen. Ja, ich arbeite es auch wieder ab. Ist kein Problem. Welche war denn das jetzt? Das war jetzt die... Gott sei Dank sind wir im 19er. Mit dem 3D-Shop. Okay. Schon vorher, was fast ist. Ja. Hier rechts, rechts, wie, wo, was? Alles gut, ich bin ja da, Randy. Ach so. Aber abobo große Themen, ähm... Ach, das ist die, die ich haben wollte. Ist alles richtig jetzt. Ja. Entschuldigung. Apobo große Themen, ich denke mal, das hat jeder gehört, hat jeder mitbekommen. Es gibt die Feuerwehr im LS19. Mit funktionierender Seri... Was? Das ist so ein anderer... Entschuldigung. Du guckst dir nur Fake News an. Ich hatte mir irgendwie am... Fake News mit einer 3D-Namen. Was? Ich hatte am Samstag dann zwei Interviews hochgeladen, dann haben mich erstaunlich viele Leute angeschrieben mit Hahahaha Ehrenmann. Ich wusste gar nicht, was die alle meinen. Ach so. Ja, es hat eine kleine Welle gegeben, aber... Es hat irgendwie eine kleine Welle gegeben, ja. Und alle kamen, sie mehnten, sie mehnten, Ehrenmann, Ehrenaktion. Da habe ich dann immer geschrieben, ich habe mich vor dem Fortnite-Stand gekackt, aber auf das Thema wollte ich nämlich auch... Oh Gott. Auch, komm, hat jeder von euch mitbekommen. Es ist sich jeder unsicher, ist es passiert, ist es nicht passiert. Aber ja, es soll jemand am Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht, ja am Donnerstag vor den Fortnite-Stand gekackt haben, auf der Gamescom 2018. Ja, das zum Beispiel. Oh Gott. Ich habe nur irgendwie auf Twitter gelesen, wenn es jetzt heißt, ich gehe mal kacken, hat man früher gesagt, ich gehe mal Fortnite. Das ist aber, das Thema ist an sich interessant, nicht um das, was passiert ist, sondern das Thema ist, wir können, by the way, spulen. Immer noch übrigens. Immer noch übrigens. Oh, warte mal, nee, Moment, stopp, 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 eben die Tiere sauber machen, weil, dann geben die 100% Milch. Und nicht, oder? Also mir ist egal, also, haben wir überhaupt schon Milch verkauft? Kommt der LKW nachts oder gar nicht? Ja, der LKW kommt nachts. Oh. Genau, der Milchmann kommt immer um drei Uhr morgens. Nee, komm, naja, dann lasst vorspulen, dann habt ihr jetzt auch was zu tun. Ist auch doof. Außer hier gibt es Gewitter, ne? Guck mal, da hinten, da sind wir schon wiederholten. Oh, oh, oh. Das fliegt drüber, also das geht runter, das sind wir noch nicht wert. Schlapp mal einen Blitzableiter aus. Packen Sie mal, packen Sie mal einen Blitzableiter aus und setzt sich in den Traktor, ne? Leute, hier, der Sound kommt jetzt vorbeigefahren, hört euch den Sound. Ich mach meinen aus. Oh, ja, Achtung. Oh, ist das geil. Oh, hat er Beifahrerskript? Er hat er nicht, okay. Sofort wieder hier, allgemein Leistungskontrolle. Oh, come on, kann man sich definitiv geben. Hast du hinten Gewichtsplatten dran? Ja, original, die hat zehn Gewichtsplatten. Vielleicht ein bisschen wenig. Sind die zuschaltbar oder war es das? Ne, die habe ich gekauft. Die lagen da noch rum. Die hatte ich gekauft und... Ah ja, die gab es dazu, ne? Ja, okay. Ne, die lagen da noch auf dem Hof rum. Ach so. Mhm. So, warte mal, haben wir eigentlich die Wachstumstufe auch auf... ...stellen müsste? Oh nein, ich habe das Passwort gezeigt. So. Ja. Oh, ist das reif? Gut, dass du auch noch drauf hingewiesen hast. Bei mir ist es reif. Also es sieht reif aus zumindest. Oh ja. Das ging ja schnell. Ähm. Atme mal. Die Frage ist, ob alles reif ist? Naja, es ist alles reif. Oh Gott. Aus dem Wege, aus dem Wege. Brauchen wir Stroh, oder brauchen wir Gerns? Ähm. Ja doch, für den Kompost, da können wir schon verwenden. Ja. Gut, Strohablage ist ja nicht möglich, weil das ja Dinger sind. Ja. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, sehr gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und jetzt keine Frage, wo du Stroh jetzt machen wolltest. So, sieht er schon mal aktiviert. Der Gardero geht ausmisten, sagt er. Ja. Oh oh. Du hast ja nicht zugelassen. Was ist da los? Was ist denn hier los? Warum stockert es denn so? Also nicht, bei mir ist es stockert nichts. Nö, alles easy. Keine Fehler. Hm. Gut. Läuft flüssig. Ja, haben wir denn noch, wo wir gerade eben bei Gamescom waren, noch weitere Erlebnisse von der Gamescom, die wir teilen wollen? Ja, ne, ich wollte eigentlich nochmal darum nicht auf die Sache dahinter, sondern, äh doch, auf die Sache dahinter wollte ich eigentlich eingehen, weil das ist ja sehr interessant. Das hat sich ja dann am Donnerstagabend relativ, also erstmal über Twitter relativ schnell verbreitet, ne? Ja. Ja, ich verstehe was. Es kam ja, es kam ja angeblich Screenshots dann von der Gruppe da mit diesen internen Mitarbeitern und dann hieß es ja, glaube ich, dann einen Tag später von dem Fortnite PR-Typen da vor Ort, ja Leute, es ist nicht passiert. War halt eine Scheißsituation, aber schon. Ja, ja, weißt du, ist halt, wäre halt nie passiert. Äh, und, ähm, nun geht man halt davon aus, dass das ein Hoax, oder wie man das so immer nennt, ein Hoax war. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja gut, stellt man, äh, das Ding ist ja auch, es gibt keine Videomaterialien, gar nichts, dann wurde gesagt, ja gut, es wurde eine Stinkbombe dort, äh, äh, geworfen, beziehungsweise gezündet, die das so gemacht hat. Aber wenn man mal davon ausgeht, es wäre wirklich so passiert, wäre es dann logischerweise PR-technisch, würde ja keiner freiwillig zugeben, ja, da hat uns einer vorm Stand geschissen. Ja, aber was ist denn, wenn da jetzt, weiß ich nicht, eine Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppe Jugendliche vorher beim schlechten Dörnermann waren oder so und dann ordentlich Zwiebel gegessen haben? Also das weiß ja alles nicht, ne? Also, der Geruch kann ja, weiß Gott, woher kommen. Äh, übergeben allerdings wegen des Geruchs, das kann ja weder nur Mädchen gewesen sein. Absolut. Äh, boah, was ist denn los mit dem Garderol? Äh, bin rebellisch geworden über die Woche, ne? Ja, ist eine Woche nicht ausgelastet hier. So ist jetzt alles raus. Und lachen du da auch noch, was ist denn da los? Ähm, nee, aber, ähm, ja. Kann ich mir, also, also ich weiß schon, dass dieses Spiel so süchtig macht, dass da Leute echt nicht mehr auf ihr Leben klarkommen, aber... Das war der Horror, weil... Wenn man mal muss, also, das drückt doch richtig und dann kann man doch nicht, also, und vor allen Dingen, also jetzt mal, Realitätscheck. Nehmen wir mal an, wie alt soll er gewesen sein? Lass den mindestens sechs, sieben, acht Jahre. In dem Alter hat man doch diese Schamgrenze, dass man nicht in, also, nee. Da würde man vielleicht in die Buchse kacken, aber, nee. Das wurde ja auch vermutet, ne? Die Leute standen ja so lange an, irgendwie vorm Fortnite-Stand, dass da irgendjemand sich entledigt hat. Ja, aber... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber da würde man das merken, glaube ich, oder? Das heißt, theoretisch schon. Na, wir hatten am Donnerstag, hatten wir abends Lasertag und waren dann noch abends im Hotel als vier Mann. Haben halt draußen ein Glas Milch getrunken. Und da hat uns diese, da hat uns diese Nachricht halt erreicht. Wir haben uns zerrissen. Weil es ist halt wirklich vorstellbar, dass so was passiert. Es ist nicht abwegig. Der Fortnite-Stand war ja direkt neben dem LS-Stand. Und, ja doch, und das war, also, du hast ja immer mehrere Möglichkeiten, ne? Es gibt ja immer mehrere Ausgänge. Und man musste immer einmal linksrum um den LS-Stand bei Corsair vorbei, weil an Fortnite, das ging nicht. Also entweder hast du die Kinder dort weggeschlagen, um durchzukommen. Also ist ein Durchgang. Alle standen dort. Äh, Fortnite. Alle wollten dieses hässliche Spray da haben. Nur, dass es abgreifen können, dann bei eBay für 100 Euro verticken können. Was war denn das? Das war so ein Ingame. Hast du ja solche Sprüh, also solche Graffiti-Dinger. Und da haben die halt so ein exklusives Gamescom-Spray, wo so ein Lama halt drauf war. Und das gab es dort, du hattest dort einen Bezel-Pass bekommen, musstest halt so Aufgaben erfüllen. Das war ja das Witzige. Der Fortnite-Stand, der war riesig und hatte nicht eine Anspielstation. Das war ein reines Adventure-Ding. Ne? Also, da musstest du halt Aufgaben machen, Kämpfe, Seilbahn. Und wenn du da drei Aufgaben davon erfüllt hast, hast du dieses Spray da bekommen. Und das gab es dann zuhauf. Bei eBay gibt es immer noch zuhauf. Bei eBay ist die Preise mittlerweile runtergegangen. Also, das konntest du am Anfang bei eBay für 150 Euro kaufen. Typisch Fortnite, halt. Äh, wir machen doch gerade Sojabohnen, ne? Äh, ja. Glaube, ja, ja. Und bitte auch den Schweinen ein paar vorbeibringen. Ja, wenn wir da mal abgetankt haben, sehr gerne. Ne, ich sag nur. Oh Gott. So rein, nicht vergessen, singen. Ja, äh, Frage, bevor wir diese Folge beenden. Äh, äh, Fortnite bei euch, Fragezeichen, Ausrufezeichen? Kein Thema. Ne, äh. Halt immer ab und zu mal, aber auch ein Spiel, was mich absolut nicht reizt. Also, ich... Ich glaube, ich werde mal reingucken. Aber ob ich das im Video mache oder für mich alleine, weiß ich noch nicht. Ich glaube eher für mich alleine. Glaube ich auch. Ich glaube, das ist besser so, glaube ich. Das glaube ich auch. Na gut, dann hat die Stunde schon wieder geschlagen. Beziehungsweise die Viertelstunde. Haha. In dem Sinne, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Bei einer anderen Zwehe vorbeikacken. Äh, genau. Und in... Ja, da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Und in dem Sinne, sich vorm Storten, äh, Fortnite-Stand kacken. Bis dann, tschü. Ja, und in der nächsten Folge dann zum Thema, wo man bei anderen YouTubern noch vor die Tür kackt. Da gab es nämlich auch ein großes Thema. Tschüss. 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 Tschüss.